Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Runde Rocket League. Oh, wir haben schöne Herzchen hier. Das verliebte Paar ist hier, ich und der Link. Und im Passwort spielt der Hörnreis. Jo, wenn's sein muss, wieder aussteht, nur bitte. Ich hab wieder vergessen, auf den Knopf zu drücken. Ja, mach mal hier, gut. Oh, ist das schön. Die Hetzchen sind echt schön am neuchten, oder? Das haben wir die Gegner gleich. Oh, ist das schön. Fast echt so richtig, zwei blaue Autos und ein orangen, oder bitte so richtig fett? Ja. Ah, schön. So. Ich sag euch nicht, dass ich ungefähr seit 11 Uhr aufs Klo muss. Ja, Rocket League und streamen und... Ja, Rocket League, macht auch Spaß. Wir fangen wieder vorne links an, ich bin immer vorne links, immer als erstes. Ja, ich bin immerhin in der gleichen Kraft. Ja. Na komm, das erste Ruckeltor mach ich. Einmal hast du vorhin mal gut. Ja, das ist irgendwie bei mir jede Aufnahme am Anfang. Oh, jetzt ist es vorbei, das Ruckeltor, okay. Der Lange hat lange genug genug gewartet, bis zum... Oh. Erster Ballkontakt, aber hat nichts gebracht. Kaltow. Schleim. Das sind wir eigentlich, ich dachte, blau sind wir, ne? Ja, voll, voll, voll. Oh, die arbeiten nämlich im Team. Der hat auch für ein Ereignis vorgezählt. Kann ich nicht, ja. Die haben zumindest einen Torwart, oder was? Nein, daneben. Oh. Diese Schleimspur, ey, jetzt hält sich das so ekelhaft an. Wie weit fliegt denn der Ball noch? Ich wollte eigentlich umdrehen noch und dann... Oh. Hör nur, als ist er noch da. Wie machst du? Ach, da ist noch einer von denen. Der musst du jetzt. Oh, der Torwart ist echt gut von denen. Der ist, ja. Was war das für ein Tanzspiel? Oh, super. Geil so. Der hat den natürlich wieder weg. Oh, nein, daneben. Aber völlig keiner drüber gesprungen. Wie viel kann ich daneben springen? Ich hau jetzt weg hier, weg damit. Was war das? Da haben wir alle, alle aufgeschlafen, irgendwie. Ich sag's jetzt einfach mal, es war meine Schuld. Weil ich den Ball da oben geflogen habe. Boah, was ein Schuss. Der war ja schon... Hättest du nur noch reingehen müssen, dann wäre es super gewesen. Nein. Wie schießt ihr zu zweit hier vorbei? Ja, die haben mich kurz vorher nochmal abgelenkt. War's im Weg? Nichts. Ja, ist zu langsam. Mach ihn selber, mach ihn selber. Nein, nein. Geh mal. Oh, der muss jetzt. Der muss jetzt reingehen. Ja, schön. Schönes Ding. Der hat einen auf dich drauf gespielt. Oh, schönes Ding. Schönes Ding. Ich bin hinten. Ich bin vorne. Ich schieße ein Tor. Der mit der Schleimschuhe. Oh, der ist gefährlich. Aber die haben die Rechnung ohne Hörnreis gemacht. Ja. Bin ja auch noch da. Warum spielst du denn in die Richtung, Link? Ich habe ihn getroffen, der Ball ist abgelaufen. Angeprall. Angeprall. Ich könnte hinten ein Belage von einem Steppen. Mach ihn. Nein, zu hoch. Ich bin wieder dran. Ich bin vorbei. Ich bin wieder dran. Ich bin vorbei. Da flog Geld durch die Gegend. Ah, okay. Ey, der eine hat mich extra angerammt. Ich habe es genau gesehen. Ich bin zu blöd bekannt, weil ich bin zu wenden. Oh, nein. Nein. Steht ein Link im Weg. Der Schatten sagt mal irgendwie rüber. Komm, bitte. Los, irgendjemand. Ich komme. Wie nahe vorbeigeflogen. Aber du hast ihn selber, ja. Ich habe mich den überhaupt getroffen. Weiß ich nicht. Gucken wir uns jetzt an. Ich dachte nicht, die treten. Okay, der war schon richtig niedrig. Ja, ja, der war niedrig. Sonst hätte ich ihn getroffen, wenn er nicht niedrig gewesen wäre. Da kommt er rein. Ich bin auch vorne. Bitte. Bitte also hinten dann. Ist einer von euch hinten? Ja. Dann geht's rum. Hi. Ist er gerade erst das Match-O-Tipp in der Folge, oder? Ich glaube schon. Ja, ja, ja. Hau ihn mit! Aua. Nicht mich. Rückwärts Tor. Nein, schade. Nein. Der Typ hat mich hochgeschubt. Nein. Der Typ hat mich hochgeschubt. Okay. Ich habe da auch keine Ahnung. Boah, es war ja über das ganze Feld, oder? Ja, ich habe den vorwärts Rückwärtsplatz verwechselt auf irgendeine Scheiße. Ich bin hinten. Ich bin vorne. Okay, das sind zwei Hälte. Genau. Jetzt machen wir es. Nein, 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 nein. Nein. Wie schaffen wir das Spiel noch zu verlieren? Wir schaffen alles. Wenn wir auch plötzlich alle nach vorne rennen, dann könnte ich binnen vorne. Habe ich wohl gehört. Habe ich jetzt einen Stürz. Du hast gesagt, du bist hinten. Ja, und ich habe mitgekriegt das Sonne schon. Ich bin jetzt... Wir sind alle hinten. Und kurz... Keiner geht zum Ball, ist auch gut. Die anderen hatten aber auch ein Problem, weil ich habe... Ja, ich schlag noch. Die anderen haben so ein kleines Kommunikationsproblem. Ich bin hinten. Ich bin hier vorne. Dann bin ich wo vorne. Keiner fährt an, aber ich muss zurück und weiter. Jetzt machen wir es los. Au, ich fliege. Ich liege noch im Tor bei denen. Nein. Ach, Ball. Komm, jetzt, jetzt, jetzt. Nein. Nein, zwei, zwei, zwei. Der muss jetzt... Der muss doch jetzt drinsitzen irgendwann mal. Ach, was mache ich denn da? Oh, ne, liegt der Rad noch. Gut, echt, nochmal. Da eben, beide. Nein, du weißt. Rette ihn. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh! Nein! 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 Wir sind so dumm! Das kann noch dann wahr sein! Ey, diese gute von diraaah! Ihr habt einen Hochteil von der Sekunde, ich hab noch ein Glück wektuchiert, so dass das Seite wenigstens ist... Aber dann war es halt vorbei. Ich hab' einen Zylinder, geschneit! I'm Keeper, ja, ja. Du bist auch so ein Keeper. So, wir müssen ja die letzte Runde gewinnen, ist ja alles egal. Ja, die letzte Runde muss gewonnen werden. Ah, mit dem Finger, ey. Ich kann ja nicht mehr spielen, der ist einfach kaputt, der Finger. Wieso? Gegen Shift drücken? Nee, ich hab ein Spiel mit Joypit. Ach so. Schadest du, was machst du da? Da hab ich mich so blöd mit angestellt, ich hab in der Luft überhaupt keine Kontrolle gehabt darüber. Ich hab hier wohl gedreht wie sonst was, noch schlimmer wie mit der Tastatur. Ja, jeder wie er mag. Jetzt finden wir keinen Gegner mehr. Doch. Das musste man nur sagen. So. Bin hinten? Ja, das ist am ersten Mal immer gleich. Ich bin vorne und erwische den Ball als erstes. Machst du was? Naja, hab ich nicht gekriegt, aber ist egal. Nein! Ich hab's ja bei mir zufrieden gehockt, sonst hätte ich besser reagieren können. Was, was, was soll denn passiert hier? Komm. Kommt der G3. Komm, 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 komm. Ich spring drunter her. Was, was, was? Ja. Eigentor? Nein. Doch nicht. Oh, das miss ich. Schleihspur. Go. Äh, lass mal. Ich fahr einfach. Oh, 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 oh. Was machen wir hier gerade? Ich baut Scheiße. Hä? Du hast das ausgebückel. Ja. Ich komm mit, ich komm mit, ich komm mit. Was ist mein Tor? Was haben wir geklaut? Wo warst du überhaupt? Seht mich doch da hinten. Na ja, guck mal wo ich bin. Da. Ich bin schon mal ein Ball hinterher gefahren. Vorne. Vorne. Ich bin kaputt. Ich glaube, ich bin mal eingeklemmt. Wo hast du jetzt her? Von hinten? Kommt raus vom Wald komme ich her. Ich muss euch sagen, es ist ganz schön früh draußen. Sonst wird gleich hell und so. Wer hat mich da geschubst? Ups. Ich, weil ich einen Ball weg hauen wollte. Alles gut. Dann ist gut. Ich hab dich gerade durch die Luft gedreht. Bitte. Mach selber. Doch nicht mehr. Alles gut. Perfektes Passspiel. Ich hab dich in deine Rede gebaut. War Doppelpass. Das waren die beiden Herzen. Das war Tor für die beiden Herzen. Das war... Wind vorne. Vorne. Ich auch. Und gerne geh hin. Der ist dabei. Ich hab ihn. Hab' ihn nicht. Ich komm nach hinten. Hab' ihn. Hab' ihn. Gut. 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 alles genau geklappt. Ich schieb mir jetzt gleich ins Tor rein. Ich weiß noch nicht, wie auf den Kopf und so. Soll ich mal umdrehen in die Kiste? Okay, jetzt drehen, drehen, drehen und der Ball kommt und dann springt er vorbei. Jawoll! Das ist ja mal wieder vorne. So schnell geht das. Danke, dass ich keinen Assistenpunkt bekomme, Link. Bitte. War reine Absicht. Bitte, los, los. Ich bin da, ich bin da. Mach selber. Na toll, immer wenn du sagst bitte, ich bin da und dann mach das selber. Ich verschenke doch hier keine Punkte, es ist jetzt auch hier kein... Ich hätte ihn aber gehabt, siehste, ich kam ja auch geflogen. Den hättest du getroffen in vorne? Ich bin Mitte. Ich bin noch hinter Link. Oh, der kommt schön zurück. Ich bleib mal schön in der Mitte. Nein. Habe ich, habe ich, habe ich. Doch nicht. Hast du nicht, ich bin hinten. Gelegen, falsche Richtung. Nee, richtige Richtung. So was. Ich bin da. Oh, scheiße. Ich bin da nicht weg. Eieiei. Sag was. Oh, oh, oh. Oh, kein Eindruck. Kommt denn her da. aber beide wieder wenn wir beide da sind dann gibt doch ein tor zwar immer für dich aber sehr egal das macht ja du hast mich hochgestoßen ja deswegen hast du was super bin ich hinten ich bin hinten bist du mit mir hier nebeneinander okay auch der ist gefährlich ich habe irgendwas kaputt gemacht egal sag sowas nicht ja 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 meins 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 das team der herzen war wieder da das klauen die mir schon wieder die punkte das ganze oder was der wäre vorbeigegangen sobald die nebeneinander sind kann ich zu schief gehen ja ich bin hin ich bin vorne und schiebt drauf na fast oder Mitte bin ich da oh cool hat das mir nicht so gut funktioniert aber ja ich wollte gerade sagen weg den hab ich hast aber nicht gesagt ja die herzen haben gewonnen die herzen die herzen haben gewonnen aua ich habe die königskrone gekriegt für den Dachaufsatz ja geil bis zum nächsten mal haut raus tschüss 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 tschüss